Meine werten Bauernfreunde, willkommen wieder zurück zu einer neuen Bauernfolge mit Bauer Lars. Howdy allerseits. Wow, was hast du da mit deinem schönen Gefährt vor? Wir können nicht einsteigen, in diesem Spiel kann man nur alleine fahren. Ganz komisch, ganz komisch ist das. Meine werten Damen und Herren, willkommen wieder zurück. Es gibt eine weitere wunderbare Folge hier in diesem wunderbaren Simulator. Warum arbeiten die nicht? Tatsächlich haben wir irgendwie den einen da eingestellt, aber ich glaube, der braucht den anderen. Hm, irgendwie macht der nicht so richtig das, was wir wollen, Lars. Also, wir müssen das wahrscheinlich erstmal auf später verschieben. Okay, aber der Typ da hinten, der arbeitet jetzt auch nicht, gell? Nee, der ist traurig. Park das Ding mal ein, aber nicht hier, okay? Du musst ihn hier wegfahren, park ihn mal irgendwo dort auf den Asphalt und ich mache jetzt erstmal was ganz Besonderes. Und zwar, wir haben hier übrigens das schöne Leasingfahrzeug, was wir uns letztes Mal geholt haben. Schöne 300 PS, war eine sehr gute Investition. Das, 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 das oben, das, achso, warte, wir haben doch noch diesen Anhänger oben, oder nicht? Der Anhänger? Oh ja, es gibt noch diesen großen Anhänger. Ich weiß aber nicht, wie lange der da jetzt noch bleibt. Was ich aber weiß, ist, dass man hier tatsächlich auch bauen kann. Wenn man nämlich auf P drauf geht, kann man nämlich hier auf Bauen drücken. Und dann können wir uns nämlich eine Sache vorbereiten, die wir heute sowieso vorhaben. Und zwar, wir werden nämlich Tiere holen, ja? Und zwar nicht nur normale Tiere, sondern richtige Kühe. Das heißt also, wir kaufen uns für 75.000 diesen wunderbaren... Lars, guck mal rechts vom Haus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das steht schon da. Und zwar unsere wunderbare Kuhstation. Hä, aber ist das nicht ein bisschen groß? Ja, natürlich. Warte mal, Tiermenü. Brown Seas. So. Alter, 200 kostet die nur. Ja, moin. Kaufen. Tier wurde gekauft. Okay. Ist die schon... Ey, guckst du an. Da ist das dicke Ding. Oh, Junge. Jo. Guck mal, ich... Oh, Leute, man kann gar nicht... Ich stehe in ihr drin, glaube ich gerade, oder? Alter. Glaubst du, wir können die melken oder so? Guck mal, ich kann einfach durch die durchlaufen. Hä? Warte mal. Die Kuh ist bei dir hier. Meine Kuh ist aber hier. Alter. Ja, ich schwör's dir. Ich bin in der Kuh drin. Alter, man kann von innen die Augäpfel von der Kuh sehen. Ganz schön großelig. Okay. Ich will mal auch... Bei mir ist die hier vorne. Alter, wollen wir uns vielleicht noch einen... Also... Alter, stimmt. Man sieht dir wirklich da die Augen. Oh mein Gott. Aber die brauchen was zu essen, Lars. Wir brauchen ein Fahrzeug, mit dem wir... Komm, steig mal... Kann man nicht? Kann man? Ja. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt gerade tun sollen. Weil eigentlich brauchen wir ein Fahrzeug, was man abholt. Wow, Kleiderschrank öffnen. Lars, wusstest du, dass wir einen Kleiderschrank hier drin haben? Guck mal. Nee. Hier kann man sich sogar noch umziehen. Ja, sicher. Ich hab mich ins Auto gesetzt. Daher, dass wir jetzt mit Kuhkacke hantieren, hab ich mich umgezogen. Nach den Dings... Mann! Ich hab mir jetzt... In Richtlinien hast du... So ein Corona-Outfit hab ich mir angezogen. Warte, warte. Ich auch. Der perfekte Kuh. Der perfekte Kuh-Typ einfach. Also wir brauchen auf jeden Fall irgendwas, mit dem wir unsere Kühe füttern können. Lars, wir können... Ich hab ne Idee, was wir machen können. Hör zu. Kann man die nicht mit... Pass auf, pass auf. Ich hab ne Idee. Nimm mal den Traktor und fahr mal noch ein bisschen über unser Getreide-Ding drüber. Und sammel einfach ein bisschen Getreide. Ah nee, warte mal. Wir müssen zusammen, glaube ich, Getreide sammeln. Oder? Oder brauchen wir so einen Fütter-Automat? Weiß nicht, ob das jetzt... Tierhaltung. Guck mal, ich hab hier so ein Tierhaltungs-Ding. Mieten. Guck mal, aber so fahr ich einfach nur übers Getreide drüber. Ups, Moment. Ja, ja, du musst doch mit dem Mähdrescher das machen. Ja, aber wenn man's mit dem Mähdrescher macht, dann lässt er das liegen. Aber gibt's nicht irgendwas, was das aufhebt? Oder irgendjemanden, der das aufhebt? Ja, doch. Weißt du, was ich meine? Ah nee, das ist ja nicht das Korn. Das, was hier drunten liegt, das ist nicht das, was gesammelt wird. Das ist das, was übrig bleibt, Lars. Der Mähdrescher... Also der Müll. Ja, das ist der Müll. Der Mähdrescher, der nimmt ja nur die Körner vom Weizen. Und aus den Körnern vom Weizen wird es dann gemacht. Guck mal, fahr mal zu dem Typen hierher, ans Rohr dran und dann sammel mal ein, was der da drin hat. Okay, du probierst es auf jeden Fall, sammel mal ein bisschen. Weil solange, solange du da sammelst, kann ich nämlich nochmal kurz den Tierfutter-Transport herholen. Denn die Kuh muss gefüttert werden. Oh! Digga, die Kuh hat sich einfach hingelegt. Ey! Alter, die Kuh sieht richtig HD aus. Die hat einfach gerade gemoved. Hast du das auch gehört? Nee, ich bin doch gerade am Mähdreschen. Ah stimmt, du bist ja gerade noch richtig am Arbeiten. Funktioniert das? Klappt das, Lars? Ja, also da kam gerade was raus. So, ich kaufe mal hier nochmal richtig schön insgesamt 15 Kühe. Yes, Sir! Okay, gut, 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 ihr kleinen Kühe. So, jetzt geht es aber mal richtig, richtig los. So, ähm... Oh mein Gott, das ist mit Anhänger schwer zu fahren. Junge! Aber funktioniert es, dass der dir das da reinmacht in so ein Kram? Heiliges Getreide. Heiliges Getreide. So, ich fahre nochmal kurz hier übers Feld vom Nachbarn. Um etwas Besonderes abzuholen. Ich hole nämlich einen zweiten Traktor. Oh, da ist schon der Getreidetransport von den Tieren. Nice, nice, nice. So, okay, okay, okay. Alter, ich glaube, der ist wirklich full. Der ist full? Warte, ich hole mir so einen Kompakttraktor. Ich bin jetzt 10% full, 11% full. Hey, ich glaube... Oh, was soll ich mir mal... Oh, da kann man sich... Oh, Metallic Blau. Ui! Das ist aber... Das ist aber ein tolles Fahrzeug. Lars, wenn du meinen Traktor gleich sehen wirst, Jürgen, da muss ich aber richtig ausrasten. Ich habe mir so einen kleinen Minitraktor gekauft. So, der hat auch Tempomat und alles. Ich hoffe mal, der ist nicht zu klein für das Ding. Ah, fahr doch nicht los! Warn mich doch wenigstens vor. Was soll das? So, der fährt... Der fährt einfach. Das ist ein Verrückter, den du da hast. Ahoy! Ja, schau dir das so an. Lars, ich komme. Ich komme. Ey, warte mal. Kann ich mir nicht auch einfach gleich Tierfutter hier kaufen? Ich glaube schon. So, Pakete, Getreide. So, was macht der jetzt? Tierfutter. Was macht der? Äh, John Deere. Da, Mineralfutter. Rundballen-Weizen-Stroh. Alter, er fährt mich um. Oh, Mineralfutter. Hör doch, warn mich doch wenigstens vor, Junge. Was machst du? Hör auf, rückwärts zu fahren. So, ich habe jetzt einfach ein bisschen Futter gekauft. Was? Das ist alles für meine Kühe? Das ist ein Objekt zu schwer. Na, wie soll ich denn das jetzt einladen? Brauche ich dafür jetzt... Sag mal, Lars, wenn wir eine Palette haben, brauchen wir dafür wie so einen Gabelstapler? Oder wie sieht das dann aus? So, einen Gabelstapler brauchen wir. Das, damit kenne ich mich aus. Alles gut. So, ich muss jetzt... Ich muss jetzt diese Palette hier heben. Lars, ich bin gleich da. Ich werde die Kühe füttern. Ich verspreche es dir. Und du probierst auch gleich, okay? Ich kann... Also, ich bin gerade... Ich mache gerade Weizen ohne Ende, Mann. Weizen ohne Ende. Weizen ohne Ende. Weizen ohne Ende. Wie? Ich weiß nicht, wie man den Gabelstapler verwendet. Lars! Also, ich habe... Unsere Kühe haben null Gesundheit, null Geschlechtsreife und null Prozent Produktivität. Damit haben wir auch null Prozent Milch, Lars. Einfach keine Milch. Keine Milch. Wie geht das? Ich dachte, das ist normal, dass wir Milch produzieren. Oh nein! Ich habe gerade die Finanzen gecheckt, Lars, und wir haben eine Viertelmillion Minus. Oh Gott, wir haben zu viele Sachen gemietet. Das darf der Steuerberater niemals sehen. Okay. Ey, die Palette ist drin, Lars. Ich hole das Futter. Oh mein Gott, ich hasse deinen Mitarbeiter. Unseren Mitarbeiter. Junge! Unser Mitarbeiter. Oh yes! Sag mal, aber kann man das nicht irgendwie hoch? Ah doch! Ich weiß, wie man es hochhebt mit der Maus. Na sicher! Ja! Ja, moin, ihr kleinen Kühe! Seid ihr bereit für ein bisschen Futter? Oh, da bist du, da bist du, Lars! Ja, ja, aber guck mal, siehst du das? Ich habe jetzt den Wagen voll. Hast du den Wagen ganz voll? Nee, nee, 35 Prozent. Aber das ist mir zu nervig, Junge. Unser Mitarbeiter ist so ein... Ich glaube, wir sollten den feuern, oder? Lass uns mal feuern, den Arsch. Hier, Lars, guck mal, ich habe Futter gekauft. Und ich habe uns, guck mal, ich habe uns was Besonderes gemietet, was wir auf jeden Fall brauchen. Boah, ich muss sagen, also Traktorfahren ist echt cool, aber mit Anhänger, Junge. Das ist schon schwer, ne? So, ich gehe jetzt erstmal auf Tempomat, schöne 20 kmh und jetzt fahre ich erstmal unser Getreide wieder weg. So, ihr kleinen Kühe! Ich mache unser... Ich tue unser Minus aus, Dingsen. So, ich muss jetzt eigentlich ein bisschen hier... Bitteschön, ihr Kühe! Ich gleich unser Minus aus, Roman. Ich mache uns reich mit Getreide. Hä? Warum essen die das nicht? Oh Mann, Lars, ich habe das Essen den Kühen jetzt gebracht, aber die essen das nicht. Die wollen das nicht essen. Bin wieder da. Na, guck, ich habe denen die... Ich habe denen die Palette so hingelegt, Aber die essen das nicht. Was soll ich hiermit machen jetzt? Au! Pass auf, fahr rückwärts ran. Okay. Und dann schüttest denen einfach alles da rein, ins Essen. Gemietet von den Farbenbrüdern. Guck mal, die haben doch hier Essen. Wo soll ich denn das Ding hier... Dann sollen die das nicht aufreißen. Das ist wie so eine Packung Chips. Eine Ewigkeit später. Okay, Lars, dann gehst du verkaufen. Und ich mache jetzt einfach den guten alten Kuh-Fütterer. Ich schaffe das. Ich habe das richtige Gerät auch schon gekauft. Das ist sogar so ein Ding. Das heißt Kuhn. Und das sorgt auch dafür, dass man damit die Kühe füttern kann. So, irgendwie wird das schon funktionieren. So. Ich glaube, ich kann einfach ranfahren. Warte, warte, warte. Ich sage dir, wie viel wir kriegen. Wir haben bekommen... 3.800. Jo, nicht schlecht, oder? Da. Oh mein Gott, ich habe es. Futtermischwagen auffüllen. Ja. Ich kann doch das, was ich hierhergebracht habe, auffüllen. Ey, da sieht man es. Ja. Das Futter geht weg. Oh mein Gott. Toll, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurückfahren. Oh yeah. Aha. Wo ist das Futter? Tatsächlich. Ich fülle hier gerade das Futter auf. Lars, komm. Wir füttern gleich die Kühe. Wir müssen auch noch Wasser holen für die Kühe. Oh Mann. Die Kühe brauchen Wasser. Und leben als Bauer, hä? Ey, ist das stressig. Ist das stressig, sag ich dir, ey. So, jetzt habe ich... Nein! Ich habe voll wenig Wasser. Oh mein Gott, ich habe übelst ein Drift hingelegt. Futtermischwagen einschalten, ne? Ich habe so kaum Futter da drin. Ich habe einfach so eine ganze Palette eingeladen. Wir sind die besten Bauern überhaupt, ey. Findest du? Nein. Ich denke auch nicht. Lars, ich habe Futter in einem Kuh-Futtergerät. Aber das geht nicht. Ich kann diese Kuh nicht füttern. Ich gehe jetzt einfach kurz was anderes holen. Ich kaufe jetzt kurz Wasser. Wasser! Hier sind Rehe. Rehe? Das sind einfach Rehe. Wo? Kannst du das Ding mitnehmen zu den Kühen ins Ding? In den Stall? Und dann füttern die. Warte, ich gucke mal, ob ich die mitnehmen kann. Kriege ich denn das? Alter, es spawnen auf einmal recht viele hier. Alter, hier waren gerade einfach so 20 Rehe. Die laufen einfach übers Wasser, Junge. Echt? Die laufen übers Wasser, Junge. Das hätte ich gerne gesehen. Wie heißt denn das, wenn man so Wasser transportiert? Was ist das für ein Gerät, Lars? Da. Warte, warte, warte. Da! Ich habe ihn. So ein Wasserbehälter. Yes. Mieten. Ja. So. Und dann kaufe ich mir noch Wasser. Alter, ich habe hier Wasser gekauft. Okay. Okay, Lars, ich habe Wasser. Ich habe Wasser für die Tiere. Ui. Der sieht aber schon relativ schwer aus. Also Getreidefarm habe ich jetzt auf jeden Fall drauf, Mann. Bist du so ein richtiger Getreidefarmer? Ich mache es gerade. Du bist einfach derjenige, der das Geld nach Hause bringt, weißt du? Und du? Was machst du? Geld verschwenden einfach. Ich versuche hier gerade den Kühen ein schönes Erlebnis am Leben mitzugeben. So. So, jetzt gibt es mal schön Wasser. So. Fülle das Gerät zuerst auf. Wie jetzt? Wo? Ich dachte, ich habe das mit Wasser schon gekauft. Also, ich muss diesen Kühen jetzt irgendwas bieten, Lars. Und deswegen muss ich jetzt Wasser auffüllen. Und weißt du, wie man in diesem Spiel Wasser auffüllt, Lars? Man muss einfach rückwärts in den Bach reinfahren. Wow. Ich mache das jetzt. Wir fahren jetzt einfach da rückwärts rein. Und dann füllen wir dich auf. Oh Gott. Bitte, bitte fahr mir da nicht rein. Irgendwann, wenn das Ding im Wasser ist, sollte da eigentlich so ein... Ja! ...mobilen Wassertank auffüllen. Oh mein Gott, ich bin so ein King. Okay. Wasser auffüllen. Oh mein Gott, man hört es. Ja! Unten rechts, unten rechts, da sieht man es. 2000 Liter. 3000. Oh mein Gott, unsere Kühe werden sowas von richtig viel Wasser bekommen. Immerhin. Oh nein, Lars. Lars, nein! Nein, er ist zu schwer geworden. Fahre nicht zu tief ins... Lars, der Behälter ist zu schwer geworden. Jetzt ist mein Traktor zu schwach, um wieder rauszukommen. Jo. Nein! Fahre nicht zu tief ins Wasser. Ich sterbe. Nein! Fahre nicht zu tief ins Wasser. Es tut mir so leid, aber ich tue es. Nein! Ich bin gestorben. Was? Wirklich, ich verschwende unser Geld so hart, Mann. Aber ich will nur, dass diese Kühe was zu trinken haben. Mobilen Wassertrank füllen. So, ich mache jetzt nicht das ganze Ding voll, sonst wird es zu schwer. So, sonst enden wir so wie der Bagger dort hinten. Ich mache einfach 50% voll, als ob denen so 4.000 Liter nicht reicht. Reicht. 4.000 Liter. Oh mein Gott, zum Glück habe ich nicht mehr. Nein. Ich habe einen John Deere. Ich habe dafür so viel Geld ausgegeben, für die Miete. So viel, dass ich das Lars nicht mal erzählen darf. Deswegen muss ich da mindestens das Wasser rausholen. Ja! Ja, Baby! Ja! Trinken die, trinken die, trinken die? Nein, ich habe nur das Wasser gerade aus dem Wasser rausgeholt. Wow. Ey, Lars, ich habe schon einen ganzen Bagger im Fluss versenkt. Ich schätze, für mich ist alles in diesem Spiel so eine kleine, gute Sache. Verstehst du? Junge! Junge, ich habe einfach 4.000 Liter Wasser mit nach Hause gebracht. Wuhu! Hinter die Zunge gibt es jetzt schön ein bisschen Wasser. So, weg mit diesem anderen Ding. Dann fahre ich das, das Teil da jetzt richtig schön da dran. Oh mein Gott. Dieser, Lars, ich sage es dir. Dieser Bauernhof ist eine absolute Katastrophe. Der Bauernhof, der Bauernhof, der Bauernhof ist toll. Alter, Lars, diese Verkehrsteilnehmer, der, ich, ich war da gerade am Wasser abladen, fährt mir einfach so ein Typ mit dem Auto einfach dagegen. Ja, das ist denen egal. Die machen einfach Dings, Kickdown. Der so, Mist, 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 ich muss nach Hause, Mann. Ich muss zu Hause eine Runde Fortnite spielen. So, bitte fahr da jetzt einfach rückwärts dran. So, überladen, starten. Lass. I. Ey, ich glaube, es geht. Ja, Mann. Das Ding fühlt sich mit Wasser, Lars. Ja! Komm, du Kuh. Komm. Komm, meine Kleine. Trink doch was. Okay, ich, ich, ich schütte ganz auf. Oh mein Gott. Ich habe alles reingemacht. 4.000 Liter. Ich habe jetzt einfach 4.000 Liter in diesen, diesen Behälter hier reingemacht. Und das war's. Und welche Kuh interessiert es hier? Gar keine. Keine Kuh interessiert sich hier für irgendwas. Aber Tiermenü öffnen. Wie geht es unseren Kühen? Wie geht es denen? Nein, Tempomat an. Ich muss es sehen. Ich muss sehen, wie es unseren Kühen geht. Ja! Lars! Unsere Kühe haben jetzt tatsächlich 4.000 Liter Milch. Trotzdem, Produktivität 0%. Ich bin raus. Ich bin raus für heute. Leute, wirklich. Das war's mit der Folge. Keine weiteren, keine weiteren Fragen. Keine weiteren Farming-Sachen. Digga, hier ist schon wieder ein Stau. Ach, egal. Lars, wir haben... Die Farming-Brüder haben einfach mal... Nee, die Farming-Brüder haben einfach wie viel verloren? 300.000 haben wir im Minus. 300.000? Warte, ich mach wenigstens noch ein bisschen Plus kurz zum Ende. Machen wir noch ein bisschen Plus zum Ende. Okay, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Folge gefallen hat. Wir haben einfach fast nichts erreicht in dieser Folge. Es war einfach alles kaputt gemacht. Alles Geld verschwendet. Die Farming-Brüder haben dafür aber 2.000 Euro wieder eingenommen. Eingenommen. Und alles ist gemietet. So. Jetzt check das, check das. Hol. Zeig mir. Oh, 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 oh. Es kommt Geld rein. Es kommt Geld rein. Ui. 2.940. Schön. Ich hab mehr Geld gemacht als du hier im Spiel. Davon kann ich mir gleich wieder ein schönes Auto leasen. Der eine arbeitet, der andere lebt, gell? Okay. Meine Damen und Herren, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Out rein, Leute. Ciao. Out.